so meine lieben freunde und seid herzlich willkommen zurück wir spielen weiterhin offen nitrado server und zwar meiner schwester und meinem schwager ich glaube schon ich bin mir da nicht so sicher weil ich bin ich also sicher bei den namensgebungen ich glaube das ist mein schwager ich weiß es gerade nicht wenn also meine schwester ist mit ihm verheiratet und ja ich glaube dass mein schwager vom namen jetzt ja so ich denke mal noch eine vor also noch diese folge und dann werde ich auch irgendwie dann mal aufhören und dann ins bett gehen weil wir haben jetzt knappe zwei uhr müssen wir jetzt haben zwei uhr elf genau und ich bin schon dezent müde weil ich gestern mit vier und bis vier uhr nachts hier noch auf dem server war mit meiner schwester mein schwager und co ich bin immer so millimeter lecks hat und ja ich will auf jeden fall heute noch das dach hier fertig werden wir kriegen damit mein also wenn meine ebene meine ich hier nicht das dach sondern meine ebene damit ich morgen dann das haus beenden kann und darauf freue ich mich auf jeden fall schon mal dezente mikrolex aber ich werde mich morgen neu installieren mein server ordner kopieren und dann mal gucken was ich da machen lässt das war es auch schon mit dem glas okay da bin ich kurz vorbeigeflogen morgen oder übermorgen dürfte ich geld drauf haben beziehungsweise am siebten ich kann ja mal kurz gucken ob ich heute schon geld drauf habe das wäre so geil dann würde ich mir sofort gleich camtasia bestellen also die neue version von meinen kollegen die ist ja nicht mehr die neueste so dass es nur ein jahr ging weil er das damals noch bestellt als es nur ein jahr gegen und ja also für jährlich und jetzt will ich halt was mache ich nie so kurz mal sind dort mein pin eingegeben wir wollen uns von außen angucken irgendwie fühlt mich hier oder da noch im fenster ja da fehlt mir noch im fenster da mache ich auch noch einzeln aktualisieren wir bitte ich glaube ich habe noch kein geld drauf ich habe zwar noch 32 euro im konto aber davon gehen ja ein bisschen ab für das was bald kommt und wir können euch schon mal darauf gespannt sein dass es geil wird was da kommt also jetzt nicht für euch sondern für mich aber damit kommt das drück besuchtet glaubt man ja das ist ein bisschen doof was aber es ist das ist gut so sagen wir so es ist einfach gut so ja leute der der streifen der kommt dann noch weg ich will halt jetzt nur mal noch kurz eine ebene rein kriegen damit ich da auch gleich mein dach drauf setzen kann warte mal wie ist das dach eigentlich zu reden ahja genau die größte fläche also jetzt hier mit dem kompletten dach und davon dann ein spitzdach so so eigentlich habe ich jetzt gar keine themen mehr hier jennings co-pilot ist informiert sich über selbstmord das kann ich auch krass dass er sich einen tag oder zwei tage vorher sich im internet angeguckt hat dass er wie er sich umbringen könnte am besten und wieder seine cockpit tür verriegeln kann also der hat das richtig schon vorgeplant wenn das jetzt so stimmt ja was die bild und so alles erzählt also ich weiß ja nicht ob die bild alles so erzählt wie sie es rüberbringt wenn es so ist dann ist es krass aber ja ich sag da immer nur zu bild dir deine meinung so und jetzt machen wir mal hier die drei türchen warte mal morgen ist ostersonntag ne ostersamstag also karsamstag genau kfreitag karsamstag ja doch passt jetzt gehen wir noch ein bisschen bäume fällen hier ich bin der farma bin geboren auf dem land und merke kül und wir haben ja jetzt hier schöne amostets drin also wir sind ja auf 1.8 ich spiele auf 1.8.1 1.8.1 genau und ja sich läuft eigentlich ganz flüssig die 8.1 aber ab und zu hat sie wirklich kleine mini ruckler also es liegt nicht an der grafikanstellung sind maximal also minimal runter gestellt also von fahrenheit von far auf zwölf also normal eingestellt und das sagt mir auch mein aufnahmeprogramm dass ich das so machen soll beziehungsweise mein amd game recording blablabla evolution blablabla keine ahnung ich weiß nicht wie es genau heißt wenn nicht dann gibt einfach mal ein amd aufnahmeprogramm in google dann wisst ihr wie er heißt funktioniert leider bei mir nicht weil er diesen chip nicht in der grafikkarte drin hat wäre geil wenn es funktionieren würde so den samen schmeißen wir mal weg hier 4515 werde ich mir sehr wahrscheinlich noch nicht holen muss ich mal gucken wie viel geld ich noch am ende des monats übrig behalte beziehungsweise wenn alles abgebucht ist und gucke wenn ich dann noch ein bisschen geld übrig behalte dann werde ich das natürlich über machen mal kurz hier zwei fackeln hinsetzen damit hier nichts mehr spawnt sondern wieder aufsammeln so viele das wollte ich jetzt machen die droppen so was von selten jetzt wieder die scheiße sepplinge ja gehen wir erstmal rein und entleeren uns erstmal wir nehmen jetzt eigentlich nur das mit was wir gleich zu bauen brauchen also das 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 dann das hier schwarzeichenholz dann ein bisschen glas noch eigentlich war es das dann auch schon so die brauchen natürlich auch nicht mehr so aber so sieht mein haus schon von außen sneaker aus also es kommt auf jeden fall dem bild detailgetreu nach jetzt habe ich den seppling weggelegt ich bin manchmal so ein vollidiot ich gehe mal kurz pennen und dann gehen wir mal gleich weiter dann gehen wir jetzt mal schlafen sind dann wieder aufgestanden oder ach ja und ihr habt ihr sogar freitag gefeiert also beziehungsweise genossen weil ich habe es irgendwie irgendwie nicht genossen weil einfach alles nur fisch war und käse ich bin so ein richtiger fleischesser auch deftiges auf dem tisch und nicht so einen kleinen fisch so einen kleinen fischi fischi happen so am besten kein blatt beschädigen weil dann kommen die am meisten raus allerdings stehen die jetzt zu nah wir müssen das mal so machen dass wir eine plattform machen da wo 8 x 8 sind und dann kommen da dann sepplinge runter das ist geil das wäre geil so dass man das nur noch abfällt und dann alles was daneben kommt traubt einen trichter zum beispiel rein ich brauche keine äpfel mehr ich habe genug äpfel äpfel was weiß ich werde auch jetzt einen apfel essen so zack da essen wir noch ein bisschen schnitzel nach dieser folge gehe ich auch dann offline hier braucht ihr auch gar nicht erst darauf versuchen zu joinen da ist eine whitelist drauf unser ts werde ich auch nicht verraten da kann ich eigentlich mal gleich drauf schauen vielleicht ist ja noch einer obwohl es glaube ich eher nicht um zwei wir alle arbeiten müssen ist ja k samstag und nicht kfreitag kfreitag ist ja alles zu ich weiß bloß nicht ob es auch bei k samstag so ist naja jetzt endlich mal wieder zepplinge hier bräuchten aber lange noch mal 12 zepplinge weil wenn wir weniger als drei beine rausbekommen ist ein bisschen scheiße hier sind schon wieder welche so da ist auch wieder einer also leute es fühlt sich langsam hier ne also da ist wieder einer runtergefallen habe ich gerade gesehen passt sie wackelt unter luft ich habe mich heute irgendwie nicht so wohl gefühlt also ich habe heute schon eine folge heiligen zieg aufgenommen gehabt ja und entschuldigung für die microlex weil heute morgen war das irgendwie richtig komisch auf dem ich habe irgendwie immer auf dem multi cube server habe ich immer richtig viele mini lags aber das liegt bestimmt daran weil er so viel plugins drauf sind 100 pro und auf dem block city habe ich keinen lag auf dem block city sind aber auch viele plugins drauf nur besser programmiert schätze ich mal ich habe jetzt auf vollem uhrraum von wie heißt denn der jetzt der kinderfilm weil mein kleiner bruder heute kinderfilm geguckt hat ähm und ich lag dann daneben mit meinen halsschmerzen und Co man hört auch jetzt noch ein bisschen dass ich leicht angeschlagen bin hoffe ich zumindest und da habe ich voll dann ging es mit geguckt weil mir so langweilig war ich hab da einfach mal tatsam mit geguckt voll darüber gelacht wie der in affensprache etwas sagt mein kleiner bruder hat das versucht nachzuahmen und war schon wie zieht hier sind diese plänge gefallen wie die säue hier wo viel stück ist jetzt nicht die welle lammat so wir gehen jetzt mal kurz vorne unser lammat schon abholen laptop du bleibst an ich brauche meine vorlage aber die sieht genauso aus wie die wohnung die ich hier gebaut habe hier war übrigens unser begehrte teich da wo ich richtig viele fische raus geholt habe plus ein beglücktes meeres 3 ich werde jetzt für heute erst mal noch hier die wall map fahren so also da verpasst du jetzt nichts so dringendes ich nehme es ja jetzt einfach so auf weil ich einfach gesagt habe ich für morgen keine folge mein folgen ordner ist komplett leer und da muss ich leider improvisieren habe ich da zu mir so gesagt und das heißt ich habe jetzt zwei folgen gerade aufgenommen die werden heute noch gerendert wenn ich es zeitlich schaffe ich glaube schon und wir haben noch mal kurz das feld hier vorne ab oder ist es noch nicht so weit er ist noch nicht so weit joa dann würde ich mal sagen wenn ich die folge gefallen hat dann ist eine positive wertung da bitte eine positive klar wenn es euch nicht gefallen hat dann eine negative aber bitte positiv weil derzeit so eine negative welle läuft verstehe ich eigentlich gar nicht ich habe meinen pc verbessert ich habe meinen mikro verbessert ich könnte zwar jetzt auch mit kollegen aufnehmen es ist keine online bestimmt um 2 um 2 uhr nachts oder so klar ich könnte früher aufnehmen aber da habe ich keine ruhe vor meinem kleinen bruder weil mein kleiner bruder platzt dann einfach so in eine aufnahme rein und dann kann ich die aufnahme in eine tonne kloppen das wollt ihr bestimmt nicht dass ich wenn ich eine aufnahme habe ja die schön erstmal von der qualität her super ist und generell von der ganzen sache super ist dass das dann einfach so ist und warum mein logo auf youtube schwarz weiß gehalten ist das ist einfach nur deswegen weil ich mit den hinterbliebenen trauer mich haben das schon so oft leute gefragt eigentlich wollte ich in german wings zeichen rein machen und dann in schwarz weiß aber ne habe ich ja gesagt das ist ja wieder logo klone und kriege ich vielleicht anschiss von der gamer und darum habe ich einfach lm reingemacht trotzdem wenn euch das video gefallen hat dann eine positive bewertung da lassen haut rein bis zum mal macht's gut ciao so Untertitelung des ZDF für funk, 2017